Und damit meine Freunde, ein Reitersies. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stray. Ja, wir sind hier wieder als Katze unterwegs. Wir sollten Clamtine, oder wie sie sich nennt, folgen. Ich kann es aber noch nicht glauben, dass ich in Katze spiele gerade. Oh, geil. Gut, können wir das skippen. Weil das haben wir im letzten Part schon angeguckt. Jo, komm, wir gehen. Okay. Einmal um diese Autobahn in Gang zu setzen, okay. Atombatterie-Eier. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Und wo sollen die Kameras sein? Und wo sollen die Kameras sein? Moment mal, das möchte ich ganz gerne kurz angucken. Und wo sollen die Kameras sein? Wenn ich wüsste, wo ich das hätte machen sollen. Oh, nee. Zeig mal. Ist das am Anfang? Ja eben, Schlangenlinie. Das haben wir, glaube ich, gestern auch schon angeguckt. Okay. Spidi cazzalo. Mehr als zwei Stunden. Ah, ab ins Gefängnis. Hä? Ach so. Das ist das Finale, Alcatraz. Ist es eine Story relevante? Ja, wahrscheinlich Story relevant. Und... Miaulodi... Nee, oder? Nee, ich hätte ihm alle Notenblätter bringen sollen. Oh Gott, das darf ich dann nochmal machen. Oh Gott, nee. Ich habe eine ja komplett verrotzt. Hä? Geil, das habe ich auch verkackt. Vielleicht, vielleicht komme ich noch zurück. Hä? Aha, das sollte ich auch bald haben. Das ist wohl die nervigste... Abzeichen. Abzeichen. Sammel alle Abzeichen. Territorium. Kratz dich durch jedes Kapitel. Ja, das habe ich sowieso gemacht. Telekatz zappert durch alle TV-Kanäle. Welt? Ja, der Wahnsinn. Wie soll man darauf kommen? Das habe ich auch verkackt. Facts Abzeichen. Einige heißt du mittels Story-Fortschritt. Einige heißt du, indem du alle Notenblätter in den Slums findest. Bitte sie die, äh, dazu die Trophäenhinweise für Miaulodi an. Okay. Und das heißt, ich werde nicht mit diesem Run das Ganze beenden. Ja, geil. Das heißt, das werde ich dann Speedrun den Scheiß. Ah, die Pflanzen bei Malo eintauschen. Ja, dann muss ich die Abzeichen gar nicht holen jetzt. Alles klar. Weil das erste bekommt man ja für die Kanalisation und so. Das zweite für alle Notenblätter. Ich vollidiot. Ach. Ja, ich mache jetzt einfach noch die Erinnerung. Gut. Gut. Oh boy. Hätte ich das gewusst. Ja gut, dann mache ich hier auf jeden Fall keine Mission mehr. Außer sie sind dringend notwendig, um das Vorankommen zu gewährleisten. Das ist die Frage. Eine Goldkette und eine Bomberjacke. Ja. Der Typ da. Ja. 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 Das ist die Frage. Genau. Ach schade Wait a minute Wie weit wir das jetzt raus zoomen Alles klar Wie weit ich bin Ich weiß doch nicht, wo. Ich weiß ja nicht mal, wo die Fabrik ist. Ich weiß ja nicht, wo die Fabrik ist. Die beiden waren auskundschaftet. Wo ist die Fabrik? Wo ist die Fabrik? Untertitelung des ZDF, 2020 Ja gut Okay, hinter deinem Laden Hä? Hinter deinem Laden ist doch nichts Und sonst rum komme ich ja nicht, oder? Doch, hier Mit ihm habe ich auch schon geredet Und sonst rum kommen wir ja nicht, oder? Und wie soll ich das jetzt genau machen? Aha Einige Läden Und sonst rum kommen wir ja nicht, oder? Äh, Digi-Code Ja, geil Kann ich da? Moment Äh, 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 äh Gibt's kein alternatives Ding, wo einfach alles steht, so wie bei Horizon Forbidden West Und last of savecodes 8-5-4-2 Sollte es sein? Sollte es sein Ja, geil, nein, ging schon darum Ja, geil Ja, geil Wegen gar nichts, ey Äh, äh Ähm, jetzt ist eher die Frage, wo der Laden ist Ja Ach, den habe ich vorhin gehört Ähm, jetzt haben wir so einen Scheiß da, okay Aber ich brauche doch hier was Ja Äh Meine Fresse, ey Ähm Ich hab' ja echt keine Ahnung. Ähm... Stray, ähm... Wie hieß der Scheiß noch gerade? So, also... Klemmteil haben wir gefunden. Ja, jetzt müssen wir die Überwachungskameras trotzdem ausschalten. Ist ja geil, ey. Wie schalte ich die jetzt ab? Ähm... Wie schalte ich das ab? Wie schalte ich die Ähnung? Wie schalte ich das ab? Ich hab' ja nicht so gehalten. Ich hab' ja nicht so gehalten. Ich hab' ja nicht so gehalten. Habe ich mit denen schon geredet? Jo. Ne, da bin ich blind. Ich bin blind. Dankeschön. Jetzt haben wir nur noch einen der letzten Etage. Ja. 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 Ich geh mal kurz auf YouTube, ey. Ich hab doch keinen Bock jetzt hier fünf Stunden lang zu sitzen, bis ich den letzten der Kameras gefunden hab. Um, Stray. Also teilweise geht's mir echt auf den Sack, was auf YouTube abgeht mit den ähm, ne? So. 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 oder habe ich die schon kaputt gemacht also wir sehen dort gewesen dann ist er hier hingegangen und dann sollte da noch was aber die halterung ist auch schon kaputt habe ich das jetzt gemacht gut dann geht der ganze spaß weiter so Direkt um die Ecke von seinem Standort. Ich muss nur noch seinen Standort wiederfinden. Das ist sowas von dumm. Hier ums Eck. Da bin ich schon. In Senderzimmer bin ich schon. Das ist sowas von dem Senderzimmer. Okay, dafür war das gedacht. Das ist sowas von dem Senderzimmer. 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 spielen ja ganz geil hätte ich das gewusst dann hätte ich das random einfach gefunden ok boah aber das frisst ja für die zwei stunden ja ultra viel zeit wenn man hier einen speedrun machen möchte oh nee ja 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 ist schon wieder 40 minuten durch und wir haben nicht viel gemacht ich musste sogar auf ja schnelle welle im internet noch sogar noch nachgucken nervig dankeschön oder ist da wo ich nicht entdeckt werden darf ja 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 Ja. 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 Und was soll ich jetzt tun? Tutentun? Ah. Ja. Ja. Hat sich ja was damit zu tun. Ah. Ich verstehe das. Moment. Ich muss noch was gucken. Ich muss noch was gucken. Ich muss noch was gucken. Ich muss noch was schütze. Ich muss noch was schütze. Okay. 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 Ja, geil. Und wo hole ich mir jetzt den dritten her? Wo ziehe ich mir den dritten aus dem Arsch? Ah, wunderschön. Ah, wunderschön. Oh, boy. Ich bin gleich überfordert. Ich bin gleich irgendwie überfordert. Okay. 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 Ach, ich bin so ein mongolo-ida-mönch Ohne Scheiß Ohne Scheiß Und das habe ich gar nicht gedacht Hallo Ohne Scheiß 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 Achso, deswegen habe ich es nicht mehr gefunden. Ich habe es nicht mehr gefunden. Oh Mann. Geil. Lass mich raten, jetzt darf ich alles normal machen. Zum einen darf ich jetzt hier zu dem Typen nochmal hingehen. Mal kuscheln gehen. Das habe ich jetzt gerne gemacht. In dem Sinne dann. Dann geht es jetzt nochmal hier rein. Was? Okay, die Erinnerung hat es genommen. Nur das Gespräch nicht. Alles klar. Ja. 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 Was hat sich jetzt hier verändert, ey? Warum komme ich da nicht hoch? Vor allem, seit wann ist hier in der Mitte zu? Was hat sich jetzt hier in der Mitte zu? Ich weiß nicht, ob der sich umdreht. Ja, wunderbärchen, ey. Ja gut, dann, wir haben es wenigstens. Wir haben jetzt einen Weg. Nur die Kontrollpunkte sind ultra dumm gesetzt. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Und das, ähm, so ist also Speedrun. Interessant. Okay, es sind halt immer noch Roboter, ne? Ja. 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 Jetzt habe ich das auch noch verkackt, weil es heißt einfach in der City, darf man mich nicht finden, ah, ich bin so ein Mongo, ich hätte es lieber noch mal neu gestartet, dich Depp, naja, hä, Moment, da oben könnte ich also auch pennen. Meine Frau, gut, da oben könnt, das ist ja auch immer noch gar nicht. Nein, 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 whoever. Ich glaube, so einen Gegenstand habe ich gesehen. Ja. Ich glaube, so einen Gegenstand habe ich gesehen. Ich glaube, so einen Gegenstand habe ich gesehen. Ich habe mich gesehen. Ich habe mich gesehen. Ich muss mich gesehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Um... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Außer natürlich, du weißt, wo du hin musst, das ist dann eine andere Sache Aber wo ist Blazer? Ich bin bei Blazer, irgendwie sowas Was? Was? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier! Im Nachclub Ah, jetzt auf einmal ist die Decke Wieder weg Jetzt auf einmal ist die Decke wieder weg Und wo ist der Nachclub eigentlich genau? Ich habe doch keine Ahnung, wo der Nachclub ist Ich weiß gar nicht mehr, wo der Nachclub ist Hey, what the fuck Have his dude and I Can't wait Hi Habe ich mit ihm wirklich nicht gesprochen, ey? Aber alles so unfreundlich hier. Das ist doch der Nachklub, oder nicht? Hä? Wo ist denn da durch? Das ist der Weg. Hä? Ich tanze ein bisschen auf dem Tisch, ey. Okay. 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 What the fuck? Da ist der zweitletzte. Okay. Okay. Nice. So random. Haben wir jetzt noch schnell kurz mal die Erinnerung geholt. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay 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 Jetzt fehlt noch die Platte. Dann muss ich da beim nächsten Mal nur noch durchrennen. Mhm. Mhm. Ja genau, die liegt auf dem Tisch. Ich komm gleich wieder ey. Dein Ernst gerade? Ich muss nur noch gucken welcher Tisch das war. Da. Ja. 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 Tödelüö. Ja.